Eines ist sicher und eines kann ich garantieren, auch wenn es nicht mehr ist. Die am häufigsten gestellte Frage lautet, Herr Klein, wie schnell können Sie uns Neukunden generieren? Und auf diese Frage gibt es eigentlich nur eine vernünftige Antwort und diese vernünftige Antwort lautet über Kontinuität. Es gibt hier keinen Zeitraum, den man vorhersehen könnte oder garantieren könnte. Natürlich gibt es Zahlen aus der Vergangenheit, die man als Basis dafür verwendet, wie die Zukunft aussehen könnte, aber niemand hat eine Glaskugel, niemand kennt diese Zukunft. Aber eines ist sicher und eines kann ich garantieren, auch wenn ich keine Zahlen garantieren kann, wirklich für die Zukunft, was Neukunden betrifft, zum Beispiel wir generieren ihnen zehn Neukunden pro Monat oder in diesen und jenen Zeitraum. Genau, das ist Scharlatanerie, das ist kein, ja nicht wirklich seriös. Aber was man garantieren kann ist, dass über Kontinuität, über Kontinuität garantiert Neukunden generiert werden und somit komme ich auch gleichzeitig zum vielleicht wichtigsten Faktor in der Neukundengenerierung und das ist die Langfristigkeit. Denn es gilt nun mal wissenschaftlich erwiesen, dass die Generierung eines Neukunden Minimum siebenmal mehr Aufwand beinhaltet, als wie, ja, Geschäft zu generieren mit einem Bestandskunden. Und ungefähr das Zweieinhalbfache an Aufwand bedeutet, einen Neukunden zu generieren, als ein Geschäft zu generieren mit einem ehemaligen Bestandskunden. Das heißt, und das ist das Minimum, das heißt, es kann sogar noch mehr Aufwand bedeuten, als wie nun das Siebenfache. Es kann auch das Zehnfache an Aufwand bedeuten, aber dieses Problem, ja, diese Voraussetzung haben alle. Die ist für alle, die gilt für alle gleich, auch für die Mitbewerber meiner Kunden. Und das Wichtigste dabei ist, wie ich schon gesagt habe, die Kontinuität. Neukundengenerierung ist eine langfristig, eine langfristig zu sehende, eine Investition in die Zukunft, in die Prosperity einer Firma, eines Unternehmens, in das langfristige Wachstum, Umsatzwachstum eines Unternehmens. Und dafür lege ich meine Hand ins Feuer, das garantiere ich, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ich garantiere einen langfristigen Umsatzwachstum, einen massiven Umsatzwachstum, wenn man Neukundengenerierung langfristig und kontinuierlich umsetzt. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber ich kann keine garantieren, kurzfristige Art abgeben oder irgendwie einen Blick in die Glaskugel schmeißen und sagen, ja, wenn wir das und das umsetzen, dann springen dabei in sechs Wochen so und so viele neue Kunden dabei raus. Das wäre, ja, das ist de facto unmöglich, denn desto kürzer der Zeitraum einer Kampagne, desto mehr hat der Erfolg mit Glück zu tun und Zufall, als mit, ja, statistischer Relevanz, insofern, dass man voraussehen könnte, was in den nächsten Monaten und Jahren passiert an Umsatzwachstum und Neukundenwachstum. Ja, es ist viel zu weit, zu gut zu dieser sehr häufig, mir sehr häufig gestellten Frage, denn viele wollen einfach in einem sehr kurzen Zeitraum ganz genau wissen, wie viele Neukunden wir generieren können hier bei Kleinmarketing, spezialisiert auf die Neukundengewinnung in der IT-Branche. Und ich denke, mit dieser Antwort konnte ich vielleicht meinen Beitrag dazu leisten, ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen, was Vorhersagen und Prognosen betrifft in dieser Branche und in diesem Umfeld und dann würde es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Lasst mir ein Like da, einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn ihr das Video auf YouTube sieht oder, ja, schaut einfach mal wieder vorbei. Euer Thomas Klein, bis zum nächsten Mal, ciao. Und dann, bis zum nächsten Mal, ciao.